Wir sind auf der Suche nach jungen Menschen, die für das, was sie tun, brennen voller Leidenschaft. Egal welcher Herkunft, denn bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir erleben Herzlichkeit und auch Spaß und wollen unseren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, in dem wir ehrlich, respektvoll und vor allem authentisch miteinander umgehen. Die Lehrers Gastronomie von Mann ist ein spannender und aufregender Beruf, weil ich da sehr viel mit Menschen zu tun habe und das gefällt mir sehr gut, obwohl es ein ansprechendes Morgen im Beruf sehr gerne, weil er auch sehr vielschichtig ist und sehr vielfältig. Das Seeparkhotel bietet einen super schönen Arbeitsplatz in Kärnten, wo andere Urlaub machen. Und was uns so besonders macht, ist, dass wir eigentlich Teil einer großen Gruppe sind, der Pletzergruppe. Die Pletzergruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen und bietet Jobs an in der Industrie, in Immobilien und im Tourismus. Es herrscht ein angenehmes Arbeitsklima. Viele Leute stellen sich unter einer Kochlehre Karottenschälen und Kartoffelschälen vor, aber bei uns im Seeparkhotel ist das einfach nicht der Fall. Man wird richtig in die Arbeit einbezogen. Sogar ich als Lehrling im ersten Lehrjahr kann schon am vordersten Front mitkochen und mir wird auch genug Vertrauen entgegengebracht, sodass ich meine Arbeiten selbst und mit Gewissen erledigen kann. Rund 800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigen wir momentan in der Pletzergruppe. Aktuell bieten wir 20 Lehrberufe und bilden unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch in unserer eigenen Akademie aus. Die Mitarbeiter sind wie eine große Familie. Ich mache die Lehrer zur Hotel- und Gastgewerbeassistentin. Mir taucht mein Job, weil ich viel mit Menschen zu tun habe und er auch vielseitig ist. Die Gäste kommen zu uns aus verschiedenen Ländern ins Hotel und deswegen ist auch immer was los. Die Fremdsprachenkenntnisse sind daher auch sehr wichtig. Wenn du einen Arbeitsplatz suchst, der dir ein zweites Zuhause gibt, dich fördert, unterstützt und auch weiterentwickelt, dann bist du genau richtig bei uns. Wir sind Pletzer.